Hallo Leute, ich bin wieder euer Charlie, ich bin hier in Köln, wieder auf den Rosenmontagszug. Wir haben jetzt den 11. Februar, ja, wieder an der alten Stelle hier vor Papa Joes Biersalon, haben wir uns wieder mit unserem Biertisch bequem gemacht. Ja, mit dabei viele Mann, unsere Donne der Salve, Schippie, Christa, ja, und hier haben wir richtige Hexe, aber ich glaube, da führt nur das Knusperhaus, da kriegen die laufende Kinder schreit weg. Ja, da wollen wir viel Spaß haben und dann wünschen wir uns auch mal kräftiges Feierei hier mit unserer noch kleinen Filzstange. Und unsere Kronbacher Filzstange hier auf dem Rosenmontagszug in Köln, die wächst. Ja, Rosenmontag, das ist ja immer so, wie es Warten aus Christkind, boll, ja. Da kann man irgendwo woanders hinfahren und sich ein bisschen daneben benehmen, ne. Genau, genau so sieht es aus. Ja, Brust, Bernd! Ja, sie wird aber noch größer werden. Ja, Leute, hier ist es so in Köln, da trifft man so auf den Rudel Paris Hilton, ne. Da geht man nur hier. Wo kommt ihr denn weg? Aus Salzgitter. Aus Salzgitter, aus dem Norden. Wolfsburg. Ja, wunderbar. Yes, yes, yes. Kann ich aber auch. Hey! Ja, dann grüßt mal Salzgitter, komm! Salzgitter, Allah! Salzgitter! Salzgitter! Paris Hilton! Oh, da wird schon verhaut. Ja, ey, kann doch, ist doch normal, oder? Also, es kann sehr eng werden hier in Köln. Man muss doch nicht so durchquetschen hier, seht ihr das auch? Absolut nicht so machen, ne. Aber die beiden Stornstein-Träger hier, sie kommen übrigens aus. Aus Köln. Aus Köln, also direkt hier. Eingebordet, die darf man nicht füttern. Das laufende Leben, das ist... Nein, ja. Äh, manchmal ist es so, wenn man Eingeborene füttert, dann laufen die ein Leben lang hinterm her. Ja, manchmal ist es nur uns im Dauerland so. Ja, ich kann mich vorstrecklich auch aus dem Dauer. Ja, guck mal, da kennst du dich ja aus. Ja, denn, äh, einheimische füttert, das kann gefährlich werden. Ne? Ich sag das nicht unsornen. Ja, Kind? Hä? Guck mal, noch mal. Guck mal, noch mal. Guck mal, was sollst du da drauf, Leute? Guck mal, der Sache nicht. Eins, zwei, drei. Warte mal, Radio Bremen, wie ihr da noch verdauelt habt. Das läuft, oder? Das ist los, der Weg geht. Ja, jetzt sind 10 Euro. 20 Euro. 20 Euro. 20 Euro. Ja, äh, in YouTube und in Schadens Wohnkanal. Wohoo! Noo! Hey, look what you guys, were cool. That's good at 4. Hey! Hey! Oh my god, okay. Oh my god, okay. Oh my god! Oh, schau mal! Jetzt kriegst du die nicht wieder rein! Sag, kriegst du die nicht wieder rein! Boah, ist das eklig! Boah, guck mal! Da kannst du doch nicht mal falsch rummachen! Weil du das ja siehst, wie richtig rum ist! Nein, du musst nachher... ja! Boah! Das war Rockwee Horror Picture Show! Ja, die Herrschaft, die kommen aus Spanien, und zwar aus der Nähe von Barcelona. Und das Kaff heißt... Wie heißt das Kaff? Wo kommt der her? Das Kaffee! Nein, Kaffee, wo kommt ihr her? Darahona! Darahona! Oder Spanien, wahr! Ja! Spanien! Ja, dann, Uli! Oder war das Berlin? Äh, Salute! Ja! Nun, um zu finden, ist kein Problem. Wir haben einen kleinen Feiglingschirm. Ja! 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 Afrika! Oh! Ja! Ah, weiß ich! Danke schön! Gernweil! 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 Letzte Morgen! Hier steht aber das Söhn Eichneid. Die reine uit de trompen is natuurlijk vervelend uit de schule. Gernweil! 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 Das ist ein Rundfunk, das ist ein Rundfunk, das ist ein Rundfunk. Applaus Schokolade, Schabiner! Scheiße, Schabiner! Nein, Schokolade! Scheiße! Da hat noch keine Bedeutung! Ich glaube, das ist ein Bedeutung! Schabiner! 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 Wo kommt ihr her? Aus England! Was? Aus England! Ah, aus England! Sie kommt aus England! Ich habe hier Leute aus New Zealand, aber nicht aus England! Ja, hier treffen wir natürlich auch eine alte Bekannte! Ja! Ja! Wer sie kennt, kann mir ja gerne mal auf Facebook schreiben! Ja! Wie heißt du mit Vorderarm? Heidrun! Super! Ja! 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 Wir haben jetzt den Armleg! Der Rieb geht los! Was ich liebe! Hallo! Wo ist denn heute? Wo ist denn heute? Hallo! Ah, schon Porno! Alles klar! Hey! Hey! Mama! Mama! Pizzeria! Nichts Pizzeria! Tut du mal! Tut du mal! Hör mal! Mach mal die Tita gehen! Ein bisschen Baller Baller! Hör mal! 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 Hör mal mal! Hör mal! Hör mal mal! Hör mal! Hör mal mal! Bis zum nächsten Mal.